jo moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge fifa 15 mit dabei ist natürlich wieder dann da und wir steigen direkt mal ein ja wir starten wieder macht die finale elfmeter schießen ja nicht geglückt ist gegen barcelona wir hatten zwar davor schon aufgenommen das ist absolut nichts geworden und da war halt wieder real madrid 2 0 kassiert in der 85 stand ein bisschen schade weil so gut lief eigentlich ja wieder so ein 30 meter hammer von von benzemar ausgepackt jetzt halt mal gegen barcelona und da kommt auch schon fast das gegentor aber gerade noch gerettet ja macht ihn kurz war abzusehen das gleiche spiegel von vorn gegner machen halt nicht weiter pg was macht der jetzt noch da vorne ist eigentlich ein abwehr das denke ich wohl auch aber vielleicht taktik ja die scheinen sehr offensiv zu stehen ja wenn man auch im radar kooks ja sehr offensiv finde ich ich habe ihn auch direkt und kommt dann noch dazu ja 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 hier ist ein bisschen sehr langsam eigentlich nicht der schnellste einer aber ja ich weiß nicht manchmal ganz komisch gemacht steuert man die kais nicht sind sie mega schnell und steuert man sie sind seit noch ein bisschen langsamer aber ich weiß nicht wollen das licht ich weiß nicht woran das licht ich weiß nicht woran das licht boah da machen wir es auf ja wäre auch fast bestraft worden boah was machst du aber was liegen die zwei auch da vorne zusammen wollten sie vielleicht mal kuscheln üben das frühe gegentor können wir noch reißen ja auf jeden fall ja er prügelt mich um er legt voll jetzt auf dem boden block ihn block ihn ja elfmeter rote karte rot denke ich nicht direkt aber alles klar da hätte ich durchaus eine rote erwartet muss ich ganz ehrlich sagen ja nicht von dort ja bin ich mal gesprungen ja noch nicht ne hängen wir es ändern ja gleich noch ja bin ich mal gespannt ja ich muss halten ja ich muss halten ja schade vielleicht zwei gegentore so früh ist natürlich bitter aber noch gebe ich nicht auf ne auf keinen fall noch habe ich die hoffnung nicht aufgegeben dass wir das noch packen können auf keinen fall schön und durch foul eigentlich aber ach steht keiner schade neymar gut schade wie gesagt schreibt uns einfach in den kommentaren welche mannschaft ihr mal gerne sehen würdet bin für alles offen sage ich außer halt Real Madrid das wäre halt nicht so schön ist auch langweilig für euch wenn wir denn so denn so hoch gewinnen sage ich mal auch wenn es schön ist zu gewinnen aber nicht mit Real Madrid das muss nicht sein ach wollte unten passen ach wollte unten passen ach schade ach er kriegt den Ball ganz knapp noch an der Linie ach neymar Barcelona ist ein schöner Gegner sage ich das mal ja da kommt Messi wieder ich bin mir auch nicht sicher ob das vielleicht nicht sogar abseits war moment ja aber müssen mal ein bisschen auch von der formation her umstellen jetzt ja wie gesagt wir haben 34 prozent ballbesitz nur noch gar keinen schuss hinbekommen in der 30 minute wirklich klar verdient für barcelona die führung bis aufs erste tor das war ein fehler einmal vorkommt ja wir haben jetzt mal ich habe jetzt mal umgestellt hier auf meine eigentliche lieblingsaufstellung würde ich fast sagen schönes sauberes 424 system ganz offen lief aber ultra schade schön gesehen war schön ja ja rache revanche faul nennt sich sowas ich musste ihn einfach jetzt mal umhauen hatte ich einfach jetzt nötig war bei erst ball gespielt aber halt auch mega extrem von hinten ja und halt voll auf dem mann so halb ja dann habe ich da wäre fast schon die antwort gekommen mann halt alle gedeckt das dürfen wir jetzt nicht mal nur krätschen das wäre fatal weil er dann doch viel daneben abseits weil doch denn viel daneben rutscht und die leute fehlen uns dann hinten oder beim konter denn wenn es klappt vorne schade er geht halt nicht hin ja leone messi hat einfach vier schüsse und drei tore da muss man mit vollem körpereinsatz gegen messi arbeiten wie man gesehen hat linie irgendwie läuft jetzt gerade nicht bei uns ja aber wir zeigen euch natürlich auch unsere niederlagen und unsere sehr schlimmen niederlagen so wie diese hier glaube ich ähm sieht danach aus ja zumindest nach jetzigem stand ja ähm aber das gehört sich natürlich so schön ja jetzt ja war abseits scheiße okay ja also es wird vermutlich eine dreiste oder eine deftige niederlage wollte ich sagen ähm ja mein gott das ist so es gibt auch spiele wo wir genauso hoch führen zumindest wird es die geben hoffe ich ähm ja gucken wir einfach mal was draus wird hier ja 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 mega klatsche jetzt bestimmt oder Oah Metalanal bin ja semb ja 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 Mhm... Interessant. Was ist interessant? Ja, der Kopf fällt gerade. Mitte 2? Ja, schade. Mitte 2 klingt auch wie so ein Counter-Strike-Call-Out. Okay. Kein Schuss, ja. Oh, gefährlich. Aha. Ja, na klar. Sorry, war eigentlich schön gedacht, dachte ich. Naja, klar war schön gedacht. Jordi Alba. Ivan Rakitic. Too early, offside. Mhm. Oh, knappe abseits. Okay. Ja, und auf. Äh, ich bin zurück. Goin. Hm. Schön. Puh. Na, schade halt, ne. So war das nicht geplant. Nee, es glaubt nicht. Nee, es glaubt nicht. Mensch, ich glaub, Schwinde hinten. Ja, hab ich. Natürlich nicht so. Wir haben das nicht erwartet. Wir haben das nicht erwartet. Wir haben das nicht erwartet. Aber, äh, es ist nicht Pandeira. Das ist nicht so. There, Joe Aguero. Mhm. Gepasst schon. P.K. Ja, selbst P.K. Fängt an zu tricksen. Ist natürlich demütigung pur jetzt. Ja, ich hab schon geklettert. ja so ein ding ist schon ja wenn sie es im kriegen na ja block mich halt noch ja wie gesagt niederlage nicht zu vermeiden jetzt mehr ja denke ich auch nicht geht nur noch um die letztendliche höhe jetzt wenn wir es bei einem 3 0 lassen können ist natürlich super haben so zweite halbzeit nicht nichts mehr geschafft im prinzip ja ich wollte eigentlich einmal quer rüber laufen weißt du ja wenigstens mal ein schuss ja die sind aber auch stark wenn ich das jetzt mal sagen darf ja das stimmt natürlich ja gut das ist natürlich dann wieder kein faul er ist natürlich dann nur bei gespielt ich denke man das wird es jetzt gewesen sein 4-0 ja war natürlich war das muss man ihm einfach lassen jetzt war war echt ein schönes ich schieb ihn halt weg ja vielleicht noch ein anschluss treffer wäre schön aber nicht so ja 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 ich bin ja oh oh was soll heute nicht so sein ich glaube auch in diesem spiel ist es soll einfach kein tor geben und es soll heute auch anscheinend kein sieg geben aber das ist eine andere sache pimp ich ihn doch ja klar unsere fans sind natürlich nicht so begeistert ich hoffe ihr seid es umso mehr wir bedanken uns natürlich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat auch wenn es eine harte klatsche war daumen hoch genau lasst uns einen daumen da lasst auch ein abo da wenn ihr wollt wenn ihr mögt wenn ihr über neue videos informiert werden wollt eventuell auch mal andere spiele weiß ich nicht genau aber jetzt ist auf jeden fall erstmal ein großes fifa projekt hier geplant ja wir bedanken uns und bis zum nächsten mal